Katja, lass es jetzt endlich mal gut sein. Mi, your challenge SP-550 aktivieren. Hallo Myra, danke für deine Wahl. Bitte finde dich morgen auf dem Dach des Köln Triangle ein. Ähm, Köln Triangle? Myra? Komm allein. Your Day, Folge 4 So Süße, bleib hier. Wir sehen uns danach. Und was ist nun deine Aufgabe? Deine Challenge? Ich hab nicht die geringste Ahnung. Ich denke, dass Mi mir die Challenge erst mitteilt, wenn ich alleine oben angekommen bin. Entspann dich. Es sind leichte Aufgaben. Schau dir die Your Challenges doch mal im Netz an. Auch wenn du nicht angemeldet bist, kannst du Zusammenfassungen und Highlights auf allen anderen Videoplattformen finden. Dann bist du beschäftigt, bis ich wieder unten bin. Aber warum mussten wir zwei Stunden vor deiner Aufgabe schon hier sein? Ach Süße, schau doch einmal ins Netz. Das Köln Triangle hat nur bis 20 Uhr geöffnet. Ich muss es schaffen, mich einschließen oder besser ausschließen zu lassen. Und wie kommst du dann wieder runter? Wenn du Pech hast, musst du dann bis morgen früh warten und bekommst auch noch mächtig Ärger. Eins nach dem anderen. Ich denke, es ist alles geplant. Frag Mi doch bitte nochmal. Sie wird dasselbe wie letztes Mal sagen. Bitte. Danach lasse ich dich in Ruhe. Versprochen. Versprochen. Mi. Hallo, Myra. Kannst du mir verraten, was ich auf dem Dach machen soll? Bitte finde dich morgen auf dem Dach des Köln Triangle ein. Myra, komm allein. Siehst du, das ist offenbar alles, was ich jetzt wissen muss. Ja, ja. Frag sie das andere. Mi. Hallo, Myra. Wie komme ich nach der Your Challenge wieder nach unten? Alles ist vorbereitet. So, genug erfahren? Tch, nein. Schon gut. Ich nerv dich. Vergeben, vergessen und dreimal schwarzer Kater. Wie die Mach sei. Geh jetzt. Bis später. Geh ins Glashaus und entspann dich. Ist gut. Pass auf dich auf. Ciao. Einen großen Kaffee bitte. Sehr gerne. Kommt sofort. Ähm, Entschuldigung. Ja, bitte. Haben Sie hier freies WLAN? Aber natürlich. Nutzen Sie einfach das Glashaus-Netzwerk. Vielen Dank. Gerne. Nichts zu danken. So. Dann wollen wir doch mal schauen. Auch wenn du nicht angemeldet bist, kannst du Zusammenfassungen und Highlights auf allen anderen Videoplattformen finden. Nee, 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 nee. Fuh dann, bitte schön. Your Challenge is best of. Bitte? Entschuldigen Sie. Ich bringe Ihren Kaffee und sah zufällig Ihre Bemühungen. Sie müssen nur Your Challenges best of eingeben. Dann kommen etliche Aufzeichnungen in der Auflistung. Ist heute nicht auch einer angesetzt? Äh, ja, ja, mag sein. Danke für den Tipp. Gerne. Darf es sonst noch was sein? Nein, danke. Ich melde mich. Alles klar. Dankeschön. Ah, da ist es ja. Hello, follow yous. Ihr habt gewählt. Eisbucket lässt grüßen. Ich soll also mein... Oh weiner, ihr wisst schon. In einen Sektkühler voller Eiswasser halten. Oh mein Gott. Fuck. Fuck. Entschuldigung. Hi, follows. Ich muss jetzt diese Your Challenge machen und... Oh, das wird so ekelhaft. Äh, was ist das? Sind das rohe Eier? Oh, ekelhaft. Oh, trinkt die das etwa? Oh, okay. Das... Ist wirklich widerlich. Okay, okay. Halt das Feuerzeug näher ran. Nicht dein Ernst. Ist gleich soweit. Halt das Feuerzeug dran. Gott, wie durch kann man sein. Ich hoffe, Myra blamiert sich nicht auf diese Art und Weise. Na, immerhin scheint es nicht gefährlich zu sein. Hochgradig peinlich und absolut schwachsinnig, aber nicht gefährlich. Was? Ruhe! Mach das mal lauter. Bitte! Es tut mir leid, aber ich muss das hören. Danke sehr. Danke sehr. Ich habe es geschafft, mich ausschließen zu lassen. Ich bin... Ich bin die ganze Zeit mit der Nachtwache, schließter, was auch immer, rundengelaufen. Nur auf der anderen Seite. Okay. Me? Hallo, Myra. Zeit für meine... Your Challenge! Deine Your Challenge lautet... Balancieren. Fortsetzung folgt. Sie hörten... Your Day. Folge 4. Aus der Serie... Cliffhanger Tales. Es sprachen... Katja Ritter. Stephanie Kirchberger. Myra Berger. Julia Kasper. Mi. Saskia Heisch. Nachrichtensprecher Daniel Leonard. Toni Michael Sattler. Kellner. Damon Zolfagari. Martin. Andreas Sartorius. Natascha. Ann-Christin Blum. Amanda. Name Alai. Credits. Lisa Cardinale. Idee, Konzept und Dramaturgie. Christoph Piazeki. Buch. Thomas Plum. Regisseur und Produzent. Christoph Piazeki. Schnitt, Sounddesign und Mastering. Erik Albroth. Musik. Michael Donner und Konrad Dornfels. Design und Artwork. Christoph Piazeki. Eine Produktion von Contendo Media. Weitere Infos zu dieser und unseren anderen Produktionen finden Sie unter contendomedia.de, auf Instagram, auf Facebook oder auf unserem YouTube-Kanal. Untertitelung. Untertitelung. Untertitelung.